Deutsche Renten sind niedriger als im OECD-Vergleich. Sarah Wagenknecht fordert Volksentscheid über deutsche Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. In der Zeitung, in der Online-Zeitung, die Frankfurter, ich glaube die Frankfurter Rundschau war es, ja genau, Frankfurter Rundschau, vom 22.12.2023, gibt es einen Bericht und zwar mit der dicken Überschrift Sarah Wagenknecht will Volksentscheid zur Rente. Ich zeige Ihnen das mal, mache den auch mal ein bisschen größer, dass Sie den gut erkennen können. Und dort hat unsere Sarah Wagenknecht, die ja nun tatsächlich nicht unbekannt ist, hier gefordert, dass wir einen vollständigen Systemwechsel in der gesetzlichen Rente haben müssen. Und zwar bezieht sie sich, oder als Begründung hierauf, bezieht sie sich auf einen OECD-Bericht und zwar der Pension at Clans 2023, der hier auf der OECD-Seite runterzuladen ist. Ich habe ihn nur in der englischen Fassung, in der englischen Version hier gesehen, meine Damen und Herren, und da können Sie den runterladen und unserer Sarah Wagenknecht, also hier in diesem Bericht auf 236 Seiten kommt die OECD auf das Ergebnis, dass Deutschlands Renten sozusagen sehr, sehr niedrig sind im Vergleich zu anderen OECD-Ländern. Das sind auch Industrieländer unter anderem wie Frankreich, wie Italien und England möglicherweise auch noch oder Norwegen, Schweden, Österreich sowieso, ganz klar, da kommen wir ganz, ganz schlecht weg. Und deshalb sagt aus meiner Sicht zu Recht Sarah Wagenknecht, wir brauchen unbedingt einen kompletten Systemwechsel. Das fordere ich ja auch schon seit Längerem, dass wir eine vollständig neue Rentenversicherung haben müssen, eine erwerbstätige Versicherung mit einer vollständig anderen Rentenberechnung, meine Damen und Herren. Und die Übersicht Renten auf Clans, also Renten auf einen Blick, bietet vergleichbare Daten und Analysen zu den Rentensystemen und Rentenreformen und da schneidet Deutschland richtig schlecht ab. Und deshalb sagt Frau Wagenknecht, die Bundesregierung ist dafür verantwortlich, wer nur durchschnittlich 1.445 Euro Rente nach 40 Jahren Arbeit bekommt, da sagt sie, das ist Staatsversagen und schuldig dafür, und da gebe ich Frau Wagenknecht absolut recht, ist federführend CDU, CSU, dann auch unsere große sozialdemokratische Partei, die SPD, ja, also Ferdinand Lasall und alle anderen würden sich im Grabe rumdrehen, wenn sie wüssten, was aus dieser SPD geworden ist. Von der FDP braucht man gar nicht zu reden. Und dann noch die grünen Ökokapitalisten, die das Rentensystem tatsächlich in den letzten 20 Jahren heruntergewirtschaftet haben. So kann man es wirklich tatsächlich sagen. Es ist ja im Hinblick auf die Demografie in unserem Rentenversicherungssystem nichts passiert. Es wird immer uns etwas vorgegaukelt, so nach dem Motto, aktuell ist es ja alles prima in der gesetzlichen Rente, was ich auch nicht bestreiten möchte, aber die Zukunft sieht eben nicht gut aus. Das müssen wir sagen. Wir werden viele, viele Millionen Menschen haben, die in Rente gehen und die werden eben durch Zuwanderung und durch neue Arbeitskräfte in Deutschland nicht ersetzt werden, sodass wir unser blaues Wunder noch in Sachen Rente erleben werden. Aber Sie werden die Beschwichtigungsversuche der Politik auch hier wieder hören, dass ja alles ganz prima mit der gesetzlichen Rente ist und wir hohe Beitragseinnahmen haben. Alles das mag aktuell stimmen, weist aber nicht darauf hin, wie es denn in ein paar Jahren aussieht. Meine Damen und Herren, ich kann einfach nur sagen, das Rentenniveau in Deutschland wird sinken. Wir werden höhere Beiträge bekommen, denn Deutschlands Rentner werden immer mehr werden und wir werden immer weniger Arbeitnehmer haben. Das ist das Problem. Deshalb war ja auch einer meiner Vorschläge, Ja, ich bin ja nur so ein ganz kleiner Rentenberater aus der Provence, der sagt, machen wir es doch so wie in Österreich. Schaffen wir endlich eine einheitliche erwerbstätige Versicherung, wo alle einzahlen, vor allen Dingen auch hier solche Politikerinnen und Politiker. Auch Sacha Wagenknecht müsste dann einzahlen, das ist ganz klar, aber das hat sie auch schon gesagt, dass es kein Problem ist. Auch Leute wie ich zum Beispiel müssten einzahlen. Ich zahle aktuell auch in die gesetzliche Rentenversicherung freiwillige Beiträge ein, meine Damen und Herren. Solidarisiere mich sozusagen auch mit diesem System und schauen wir einfach mal, was hier diese Forderung bringen soll. Ich bin auch für eine Volksabstimmung in unserem Rentensystem. Unsere aktuellen Politiker trauen sich einfach nicht, irgendetwas für die gesetzliche Rente zu machen. Sie sitzen die ganze Nummer aus, wie immer jede Wahlperiode. Es passiert de facto nichts. Auch wenn wir das neue Rentenpaket 2 uns angucken, da passiert doch aktuell auch nichts. Nur Ankündigungen und zum Beispiel die Einführung einer umfassenden Rentenversicherungspflicht für Selbstständige wird wieder mit einer sogenannten Opt-out, mit einer Opt-out Möglichkeit vorgesehen, weil die FDP, die neoliberalen Großkapitalisten einfach hier rote Linien setzen und eine vernünftige Rentenpolitik schlicht und ergreifend verhindern, damit ihr Superklientel, die Banken und die Versicherung und das Großkapital immer fein wegkommen. Meine Damen und Herren, so kann es in Deutschland nicht weitergehen. Deshalb, ich bin auch, dafür machen wir endlich eine Volksabstimmung über unser Rentensystem. Lassen wir, nehmen wir das selber in die Hand. Lassen wir die Politikerinnen und Politiker aus dem Deutschen Bundestag darüber nicht mehr entscheiden, was mit unserer Rente passiert. Denn die Leute, die dort was zu entscheiden haben, sind sehr gut abgesichert und die entscheiden immer über Dinge, die sie selber persönlich in der Zukunft nie betreffen werden. Das ist das ganz große Problem, was ich mit unseren aktuellen Politikerinnen und Politikern habe. Näheres zu diesem Thema, wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich stehe auch für die Forderung Volksabstimmung über unser Rentensystem. Machen Sie einen Daumen nach oben, wenn Ihnen das gefällt und Sie auch dafür sind. Schreiben Sie Ihren Politikern und Politikerinnen, die für Sie im Wahlkreis zuständig sind. Sagen Sie denen, was Sie von deren Arbeit in Sachen Rente halten. Teilen Sie denen einfach mit, dass die endlich mal in die Gänge kommen sollen und hier eine einheitliche Erwerbstätigenversicherung begründen sollen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Nöppel